Die Rossini ist ein Flusskreuzfahrtschiff, das 1983 als Donau-Prinzessin von der Flensburger Schiffbaugesellschaft gebaut wurde. Das Schiff wird für Flusskreuzfahrten auf der Donau eingesetzt. Donau-Prinzessin Bis November 2006 war die Donau-Prinzessin ein Flusskreuzfahrtschiff der Reederei Peter Deilmann. Unter deutscher Flagge fahren wurden jeweils rund 200 Passagiere von Passau aus zu den Sehenswürdigkeiten der Donau. Mithalten insbesondere in Dürnstein, Budapest, Bratislava und Wien gefahren, um nach einer Fahrtdauer von einer Woche wieder nach Passau zurückzukehren. Populär wurde das Schiff in den 1990er Jahren durch die ZDF-Serie Donau-Prinzessin durch die Flusskreuzfahrten bekannt wurden. Rossini Im November 2006 wurde die Donau-Prinzessin von Deilmann an die Reederei Favoritreisen in Heilbronn verkauft und in Rossini umbenannt. Zum Gourmet-Kreuzfahrtschiff aufgewertet, verkehrt es seither ab Passau auf der klassischen Strecke bis Budapest und zurück. Zusätzlich werden ab Passau zwölf Tage Kreuzfahrten bis zum Eisernen Tor und zurück sowie 17 Tage Törns bis ins Biosphärenreservat Donau-Delta und zurückangeboten. Kreuzfahrten mit der Rossini werden von einem deutschen Arzt begleitet, der nach Vereinbarung Sprechstunden an Bord abhält. Seit dem Jahr 2013 verfügt das Schiff über einen Passagieraufzug, der die Kabinendecks mit dem Restaurant- und Panorama-Bar-Deck verbindet. Ein klassisches Klavierkonzert mit dem Bordpianisten ist fester Bestandteil des Programms. Ebenso wie, für Technikfreunde, eine Führung durch den technischen Bereich des Schiffes mit Erklärungen durch den Schiffsingenieur. Weitere Freizeitmöglichkeiten an Bord sind ein auf 33 Grad beheizter Pool auf dem Sonnendeck ferner, eine Bordbibliothek auf dem Restaurant-Deck, sowie ein Raum mit Fitnessgeräten. Seit 2014 verfügt das Schiff über Leihfahrräder. Ein Radaktiv-Zusatzpaket bietet den Kreuzfahrtgästen Gelegenheit an fünf organisierten und geführten Radtouren in Bratislava, Budapest, dem Donau, Knie, Wien und der Wachau teilzunehmen, bei denen Routen zwischen jeweils 18 und 28 Kilometer zurückgelegt werden.